so und es hat es doch geschafft dass es mal wieder aufgehangen hat sich jetzt muss ich kurz gucken screen ja nicht geschnitten müsste jetzt eigentlich das sein wie lange hat es denn jetzt ja wie lang ist denn das jetzt kann ich das nicht immer ach so das mache ich ja gerade erst der letzte part ist 31 minuten also ungefähr zehn minuten jetzt noch mal 10 15 minuten dann haben wir den partner weg muss aber es geht eigentlich muss sagen wenn es eben mal hier so mal ganz kurz habe ich nichts dagegen kann passieren es hat jetzt irgendwie die ganz komische meldung gegeben irgendwie keine ahnung hast du irgendwie und wie so ein reconnect nachts oder das wort ja ist permanent oder stand leitung ja ich weiß nicht ist wenn du kabel hast dann hast du stand leitung ist keine ahnung keine bus von dsl ich kann den scheiß anbauen warum ich bin jetzt gerade echt überfragt hilfe permanente ip hilfe jetzt echt ich weiß es nicht ich sag doch hilfe echtes oder scheiß hilfe ich weiß nicht wohin ja ich weiß nicht wo du bist du bist in der wüste sagt da geht er dort und ist wüste da ist wüste aber ich weiß nicht dass die wüste ist richtung wald gelaufen oder bist du richtung ich war im wald ja ja klar ich habe ja ich habe das skelette gesammelt gejagt ich war ja unten und du warst oben ich hab dich auch noch gehört ich wissen welche richtung wo du mich wer warst ja ich bin ja aber schon viel weiter jetzt gerannt ich weiß ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht wohin verdammt kompass müssen wir uns machen hast du kohle gesammelt ja ja kohle eisen kohle eisen kohle und eisen also ich bin jetzt echt hier gerade vollkommen überfragt wo ich bin aber hier muss doch irgendwo das sein ist doch die wüste doch eigentlich im wald hier mal so bergaufwärts geht ob ich irgendwo vielleicht den turm am ende des großen weil ich orientiere mich ja dann doch einmal mal in dem turm ich bin hier am arsch der welt und ich habe keine ahnung wo es zurück geht doch mal jeden berg hoch wie ich hatte ja jetzt mal den berg hoch ziemlich steilen berg was ich habe jetzt auch keinen orientierungspunkt das ist mein problemchen ich könnte höchstens dass ich ich bin jetzt auf einem riesen berg und kann hier irgendwo in der pampa gucken aber ich sehe nirgendwo wüste wald und wiese und schnee und berg das kann doch nicht wahr sein das ist das was ich an minecraft wieder nicht mag dann so komplett dann weg und verläuft sich und hast keinen anhaltspunkt mehr dann läufst du im kreis im kreis im kreis im kreis im kreis und findest trotzdem da versuchen wir auf jeden fall so richtung richtung wenn du wald baum mäßig sie ist in die richtung zu laufen und sagen ich sehe viele bäuer wenig habe ich zu essen und trinken mit der warte scheiße scheiße ein bisschen steppenmäßig bei mir habe ich auch nicht gerade über freunds viele und ganz viele sonnenblumen sehe ich gerade ich werde es waren die wüste gehen ich wollte mal gucken ob ich auch in der wüste aus vielleicht obwohl ich darauf der ganz anderen seite ich bin doch gar nicht dort jetzt hoffe ich bin in die richtung jetzt habe ich hier so viel biet so wieder mit diesen liaren dingen ich habe ich hier viele sonnenblumen ja da bei dir ist ja sogar noch schlimmer weil du hast ja bloß da ein paar chucks da jetzt sehe ich ein bisschen wüste jetzt sehe ich ein bisschen wüste ja jetzt sehe ich wüste und kakteen liegt ja irgendwo wüste und teilweise steppe und ein ganz ganz großen berg ich versuche gerade dich zu finden weil irgendwo muss ja dein name sein jetzt bin ich auch nicht zu weit weg bewegen sonst verlaufe ich mich selber noch hier auch noch einen großen wüstenberg also wirklich richtig groß berge ja genau so weit hier noch bin ich noch nicht da habe ich so teils steppe teils wüste und hier hinten fängt jetzt komplett die wüste an aber weiter gehe ich da nicht jetzt komme ich so ein bisschen in die wüste mal so hoch weil du kannst ja vielleicht noch dich orientieren wo du hergekommen bist bist du ja so ein bisschen ja noch wiss ich von wo ich ungefähr gekommen bin warte mal kurz du bist gerade in der wüste ja ja okay jetzt dachte ich ob dich hier sehen das heißt in der wüste ich bin ja am rand von der wüste ich guck halt wo du sein könntest kannst du zu dem großen berg in der wüste laufen kann ich ja gerade hier sind zwei berge nebeneinander sind im vergleich groß ich glaube dass diese wüste ich gehe mal wieder zurück naja fahr weg ich gehe immer noch irgendwo ey was viele sachen mal jein mal die ganzen schönen metallschwader und so ein scheiß also bei mir ist es so hier hinten fängt wüste an dann kommt ein bisschen steppe und dann fangen die bäume an mit diesen liaren weißt du also so sumpfgebiet und wenn du in die richtung eigentlich richtung sumpfgebiet läufst dann bist du eigentlich nicht falsch weil dann fangen nämlich hier diese leichten sumpfgebiet mit viel wasser und dann diese inseln an wenn du in die richtung gehst kommst du eigentlich nach hause eigentlich das einzige was ich jetzt machen kann das einzige was ich jetzt das einzige was man dann halt zum schluss bleibt ist in die tiefe springen und sterben dann spawnt man ja sowieso mal in der nähe vom haus wieder ah jetzt habe ich ja auch wieder wüste ich denke mal die wüste meintest du mit der steppe da sind zwei riesen wüstenberge warte ich schau mal zwei einen habe ich gerade gefunden hm ja es wird dunkel fuck ja es wird dunkel ey fuck 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 mein messer ist fast im eimer mein schwert mit ja ich habe da auch bloß einen so ach was ey es kotzt mich jetzt gerade an finden finden aber auch nicht finden aber mehr so andeutungs mäßig da wo ich bin ja schon wieder hier ich bin jetzt schon komplett und was mache ich denn hier ich bin hier so in derselben wüste wieder ich bin einmal komplett im kreis gerannt ach du scheiße okay dann laufe ich einfach mal hier lang würde ich sagen und guck mal in die richtung jetzt sehe ich nämlich auch wieder die schneeberge ja also wenn du so rechts und links äh so n 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 wüstenberg hast ach ich hab wieder nach Hause von pfff ich meine ja ach wie gut wenn du rechts und links so n großen wüstenberg hast einfach in der mitte durchlaufen und dann einfach laufen bis du lianenbäume siehst und wenn du diese lianenbäume siehst hier war ich vorhin auch warte mal dann läufst du einfach in richtung der lianenbäume und dann kommst du nach hause dann kommen einzelne inseln noch mit lianenbäumen dann wird es immer mehr so sumpfig dann wird es immer mehr so sumpfig ach ich bin zu hause wuuuuhu ha ha alter verdammt das war jetzt krass gerade ich hab gedacht die finden die mehr zurück also in der wüste verläufst du dich ja ruckzuck wenn du dir nicht irgendwo so n point of view oder sowas zu ach du sowas wir verfolgen jetzt hier drei creeper einfach laufen zwei vier vier creeper vier creeper hast du die zufälliger weise gehört ne 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 ich bin wieder zu hause ich hab nicht zufälliger weise gehört dass ich vielleicht noch nähe bin ne die röntgen auf dem zeug rum hier hier mit creeper ne leute jetzt hör doch mal auf hier ich überleb jetzt die scheiße hier weißt du ich hab zuhause gefunden was hast du ja ich steh grad ich steh grad ne ich bin ja auf der ganz anderen seite gewesen ich bin doch bei den ganzen bäumen ich bin doch im wald ach du bist im wald gewesen und weißt du was ich gemacht habe ich bin vom wald außen rum an unser haus quasi äh rechts am haus vorbei richtung lian aber wirklich richtig weit außen rum und dann ab in die wüste und dann wieder zurück great oh ich hab's gefunden alter vater hast ja irgendwie fast verloren ey jungen jungen alter ich bin die ganze zeit da hinten um so ne scheiß kleine insel rum gerannt und dachte ich bin da oh ich bin da ja wenn nicht dann müssen wir uns mal irgendwie zusehen dass wir uns einfach mal so äh säulen irgendwo äh äh mit erde äh in den pampa bauen weißt du einfach nur säulen für unsere als orientierung weißt du die so ein bisschen abstrakter aussehen einfach bloß eine säule nach oben oder so eine säule in dreiecksform die nach der richtung zeigt he yeah yeah wow muss nicht unbedingt ein pfeil sein oder so aber einfach bloß eine säule als orientierungspunkt und ich werde da muss ich hinlaufen damit ich von säule zu säule mich hängen kann sozusagen ey das war jetzt grade übel ich habe jetzt schon völlig nein ja man fühlt sich so ein bisschen verloren denn man ist irgendwie komisch ey aber ich habe hier noch ein paar rosen mitgebracht ich habe auch noch ein bisschen ein bisschen Sand hier drin ach ne der Eisen ups Sand war ja Sand und Glas war ja hier so jetzt höre ich mir mal die Scheiße hier wieder raus die nehme ich wieder mit dann habe ich hier mal noch die Erde weg einfach ein paar säulen oder so mit Erde oder so was glaube ich irgendwo hin stapfen weißt du das wäre glaube ich am besten einfach immer hoch gebaut und dann wieder immer runter und dann das ist erst mal pennen gehen oder ja ich muss mir sowieso erstmal nochmal ein Schwert hast du ihn mir gemacht der hat mal 2 ah gut gut ich glaube wir müssen sowieso noch eine Kiste hinstellen für die wolle noch ach so die kann man ja noch vergrößern warte mal haben wir noch irgendwo eine Kiste nochmal dann mache ich mal schnell noch eine Kiste dann mache ich mal unsere Wollenkiste bissel größer Eisenenkel schon umrinnen ja und noch 18 Eisen haben wir wieder so jetzt haben wir eine Wollenkiste wiederum haben wir mehr Platz Wolle farbekiste Wolle Farbe kaufen Wolle Farbe kaufen Wolle Farbekiste wollte ich sagen Wolle Farbekiste ähm so wollen wir sagen dann werden auch gleich den part hier wieder und ja wenn die wollte also dann vielen dank fürs zuschauen bis morgen bis gleich auf twitch und tschüss hat sie kennt nicht schlafen